Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich gucke gerade auf mein Handy und dann steht da die Nachricht von Blogends. Jan Schumi, herzlichen Glückwunsch zu 50 Abonnenten. Und tatsächlich, ich habe die 50 Abonnenten erreicht. Für manche mag es nicht viel sein, aber ich finde es wirklich richtig, richtig cool. Vor allem, ich habe meinen YouTube-Kanal erst vor zwei Wochen eröffnet und das ging jetzt wirklich richtig schnell. Ja, im Hintergrund seht ihr meine Mimika-Rubra-Kolonie, meine neue. Zudem wird in ein paar Tagen auch nochmal ein Video folgen, was glaube ich auch ziemlich interessant wird. Aber darum soll es heute überhaupt nicht gehen. Und zwar hatte ich ja gesagt, dass ich bei 50 Abonnenten eine Lasus-Niger-Königin verlosen werde. Und ich halte mein Wort. Hier könnt ihr nun die Königin sehen. Die wurde, wie ihr vielleicht schon wisst, letztes Jahr 2016 im Schwarmflug von mir selber gefangen. Und sie hat jetzt erfolgreich gegründet, beziehungsweise fast. Denn sie hat jetzt circa 20 Puppen und viele Eier und auch schon wieder ein paar kleine Larven. Und die Eier sollten in den nächsten ein bis zwei Wochen schlüpfen. Also wenn die Königin bei euch ankommt, sollte sie schon ihre ersten Arbeiterinnen haben. Und ja, so eine kleine Königin- beziehungsweise Kolonie ist perfekt für den Einstieg in die Ameisenhaltung. Aber auch für Leute, die schon eine andere Kolonie haben, aber noch keine Lasus-Niger, ist das vielleicht ganz interessant. Denn Lasus-Niger ist, wie ich finde, wirklich eine ziemlich coole Ameisenart. Und ja, jetzt kommen wir dazu, wie könnt ihr die gewinnen? Ihr müsst in die Kommentare schreiben, Lasus-Niger-Königin. Nichts Besonderes, aber damit ich einfach weiß, wer die Kolonie gewinnen möchte, beziehungsweise die Königin. Und natürlich müsst ihr auch Abonnent meines Kanals sein, denn ich tue das ja für meine Abonnenten. Und ja, ich hoffe, ihr gewinnt. Ich wünsche euch allen ganz viel Glück dabei. Ich werde die dann einfach euch schicken in so ein kleines Paket. Ihr wisst ja ungefähr, wie das da aussieht. Ich habe ja ein Video darüber gemacht. Ja, dann werden die bei euch ankommen. Und die Verlosung läuft jetzt genau eine Woche bis nächsten Montag. Und dann gibt es eine Auflösung von der Verlosung. So, das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Heute etwas kürzer, weil es, wie gesagt, ziemlich spontan war. Ich denke, wenn ihr jetzt gut zugehört habt, dann wisst ihr, wie ihr die Kolonie gewinnen könnt. Wie gesagt, nochmal vielen Dank. Und damit würde ich sagen, macht's gut. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.